ho meine freunde und willkommen zu einer neuen folge und zwar ist keine kleine special folge heute auf meinem kanal also nicht unbedingt auf meinem kanal aber auf dem kanal eines anderen youtubers der auch supporter auf dem gamaday.net server ist und zwar ist der liebe weimar und zwar macht er gerade in diesem moment wo ich es gerade aufnehme ein special und zwar und zwar nimmt er heute die 100. folge survival games auf so und er dachte sich halt wieso nimmt er es nicht so ein bisschen mit seiner community auf und hat das so gemacht weimar hat ja einen eigenen TS und auf diesen TS konnten heute 150 mann glaube ich kommen um mit zu spielen und zwar wie konnten wir mitspielen und zwar hat sich ein zweiter account gekauft der als premium plus account und den konnte man als friend adden aufgomme und dann wurde auch hundertprozentig angenommen um an diesem event teilzunehmen genau also wir spielen wahrscheinlich die ganze zeit sg 64 sg drei runden sind schon rum die erste runde war ich vierer und in der zweiten runde habe ich kein schwert bekommen bin instant gestorben und in der dritte runde bin ich ganz schön gerackt worden von jemanden der mich weggekommen wurde hat aber halb so wild es gibt noch ein paar runden wir werden wahrscheinlich eine stunde oder anderthalb stunden für weimar aufnehmen also weimar nimmt halt auf unten in der beschreibung ist alles verlinkt und ich denke mal ich werde immer mal ein bisschen dazu reden aber weimar wird auch den größten teil reden also weimar ist im TS der wird unabhängig von meinem video reden und ich werde dann immer mal dazu ein bisschen reden falls sich das video gefällt dann würde ich würde ich mich auf jeden fall über eine bewertung freuen und ja wir sehen uns doch gleich in der ersten runde bis gleich hey hau meine freund und willkommen zu einem kleinen special auf meinem kanal und zwar ist es ein kleines minecraft special denn ein youtuber oder auch ein supporter von comat.net server hat heute ein kleines jubiläum und zwar feiert er heute seine 1 sein 100 seine 100 zur aufnahme und zwar sind wir hier ungefähr also halt 69 64 spieler auf dem commissurfer gerade in einer runde sg das sind 64 spieler und auf dem ts von weimar sind glaube ich ungefähr keine ahnung vielleicht an die 150 leute oder so keine ahnung ja und wollen halt alle miteinander zocken und bei weimar eben die aufnahme kommen und ich glaube ich werde gleich mit easy gerackt in der ersten runde wurde ich vierter bin im deathmatch da gestorben und in der video beschreibung ist auf jeden fall weimar verlinkt der dieses hier natürlich alles aufnimmt und ja genau wichtig wäre es erst mal von weg zu rennen und mal ganz kurz zeit zu haben weil ich muss ich im ts wieder entmuten weil ich muss wissen was zwei mal erzählt ja ein schwert oder sogar mal auf jeden fall nicht schlecht welche immer noch verfolgt werde steht der ersten runde lief es besser und zwar ist mir in der vierten runde wo ich in der folge von weimar war ein bisschen die aufnahme abgeschmiert deswegen werde ich den teil auch nicht rein nehmen deswegen wird vom gameplay leider nur die kleine zweite sequenz sein wo ich gleich leider verreckt bin aber ist ja auch egal mir persönlich hat diese aufnahme mit weimar also die große aufnahme wo alle wo richtig viele leute dabei waren mega mega viel spaß gemacht und ja ich bedanke mich dass er überhaupt sowas für uns ermöglichen konnte hier ist der liebe weimar mit seinem zweiter konvoiser und ja einen großen dank auch noch an den lieben rippchen genauso wie der auf uns alles so regelkonform gehalten hat dass keine hacker team und sonstiges in den runden sind und auch ein großes dankeschön an verti der oben tab angezeigt wird genauso wie an problems für die die bei die beiden haben ja hier den ts gesponsert auf dem wir gerade alle sind und uns hier eine gute zeit gegeben haben gut dann ich hoffe mal dieses kleine aber naja komische video hat euch gefallen wenn ja würde ich mich über eine wertung freuen schaut beim schaut auf dem kanal vom lieben weimar vorbei der ist unten in der kanalbeschreibung verlinkt und wir sehen uns dann beim nächsten video haut rein und ciao bis auf